Wir erleben den schwärzesten Tag seit Covid. Die Märkte crashen wirklich, beziehungsweise es hat richtig gut geknallt. Nicht nur die Kryptomärkte, auch die normalen, traditionellen Märkte. Altcoins, alles war gestern tiefrot. Ob das jetzt so weitergeht, was für Chancen wir uns dadurch generieren können, oder ob es das jetzt im Endeffekt schon mit der Korrektur war, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video etwas genauer angucken. Wir werden natürlich auf Bitcoin gucken, wir werden auf die Zahlen gucken, wir schauen, was gestern so passiert ist, so überall an den Märkten. Und ja, was unsere laufenden Trades noch machen, die zumindest noch offen sind. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram-Talk und Signalgruppen reinjoinen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale. Kommt da gerne rein, die Links dazu findet ihr beide unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise in der Kommentarspalte. Und wenn ihr das Ganze noch traden wollt oder auch noch eine Börse sucht, wo ihr traden könnt, wo ihr Spot kaufen könnt, etc. Um die Kurse vielleicht auch auszunutzen, dann kann ich euch nur meine Partnerbörse Bingix empfehlen. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Und vergesst nicht, eure User-ID in die Kommentare, beziehungsweise in die Telegram-Gruppe reinzuschreiben, damit ihr wie immer am Gewinnspiel teilnehmen könnt. So, jetzt aber keine Zeit verlieren, wir gehen direkt rein. Bitcoin momentan bei 61.700 US-Dollar. Wir sind gestern bis auf 60.500 US-Dollar gefallen und haben damit fast unser Ziel erreicht, welches wir so seit ein paar Tagen, beziehungsweise Wochen immer mal wieder anvisiert haben. Seitdem, wie gesagt, hatten wir eine kleine Erholung. Wir haben hier einen sehr, sehr langen Docht auf dem 4-Stunden-Timeframe. Es hat die Märkte gestern ordentlich zerfetzt. Gestern war ja noch die Prognose vom Video, wo ich gesagt habe, es wäre schön, wenn wir zumindest nochmal hier in den Bereich der 66.000 US-Dollar hochgehen, beziehungsweise von dieser Korrektur nochmal so eine kleine Gegenkorrektur nach oben kriegen und dann eben die Reisen nach unten hin fortsetzen. Dafür hat es gestern nicht mehr gereicht, denn wenn wir uns mal so das Gesamtmarktliche angucken, wirklich alles gestern trief rot. Ich habe mir mal in mein Trade Republic-Konto reingeguckt, wo ich auch Aktien und ETFs drin habe. Auch das hat es gestern richtig zerfetzt, vor allem die Tech-Werte. Intel hat es gestern richtig auseinandergelegt, muss man dazu sagen, weil 14.000 Jobs wegfallen sollen, die Zahlen waren scheiße, die Dividende wird gestrichen. Und man sieht es, der komplette Markt, beziehungsweise vor allem die Tech-Werte, und die machen halt sehr, sehr viel aus an den Märkten. Ja, die haben für diesen größeren Abverkauf gesorgt. Dann gab es natürlich auch noch News, dass iranische Medien berichten, in den kommenden Stunden wird die Welt Zeuge außergewöhnlicher Szenen und sehr wichtiger Entwicklungen. Auch da brennt es ein bisschen. Und wir haben die ersten Zinssenkungen in Großbritannien, Japan und wie sie nicht alle heißen. Und es wird vermutet, dass die Fed jetzt langsam nachdrücken wird, vor allem, weil auch die Non-Farment-Payrolls, und das habe ich gestern in der Telegram-Gruppe auch noch gepostet, wenn ich es jetzt auf die Schnelle finde und wenn sie auch laden natürlich, Arbeitslosenquote ist gestiegen, die Stundenlöhne sind auch nicht mehr so hoch gestiegen, Non-Farment-Payrolls deutlich unter den Erwartungen. Und ja, wie gesagt, Arbeitslosen zahlen auch höher als erwartet. All das hat gestern die Märkte unter Druck gesetzt, weshalb wir auch diese Abverkäufe gesehen haben, nicht nur bei Bitcoin, auch bei den Altcoins und bei den traditionellen Märkten. Aber es war vorhersehbar. Deswegen gucken wir jetzt mal ganz kurz auf den Daily-Time-Frame, wie es dort aussieht. Wie gesagt, wir haben ja die letzten Tage immer wieder darüber gesprochen, dass vor allem das Volumen ab einer gewissen Phase hier deutlich abgenommen hat. Und diese Phase haben wir jetzt fast wieder zurück-recovered. Das heißt, wir sind jetzt hier in der Nähe von unserem Golden Pocket, wo wir ja im Endeffekt hier unser größtes Ziel war auf 4-Stunden-Sicht oder 1-Stunden-Sicht, aber auch auf Daily-Sicht. Das heißt, hier ist jetzt dann die Chance für uns, möglicherweise in die nächste Long-Position einzugehen. Wir hatten ja einen Long offen. Der erst hat zwei Take-Profits abgeholt. Der wurde dann ausgestoppt auf Stop-Loss-Entry. Das war hier, nachdem wir da drunter gefallen sind. Nächstes Ziel ist jetzt auf jeden Fall hier das Golden Pocket zwischen 59 und 60K. Ob das jetzt schon am Wochenende kommt, müssen wir erst einmal schauen. Wir haben im RSI noch deutlich Platz, auf jeden Fall nach unten, bis wir hier irgendwelche Arten von Divergenzen dann mal hoffentlich irgendwann reinbekommen. Volumentechnisch noch keine wirkliche Akkumulation hier erkenntlich. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich erst einmal bis Montag warten, bis wir hier eine neue Struktur dann sehen. Andererseits muss man auch dazu sagen, diese ganze Panikmache, egal ob es jetzt medial ist, ob es in Telegram-Gruppen ist oder sonstiges, es ist keine Änderung seit März. Das müssen wir uns eingestehen. Egal, wie viele Bewegungen wir in dieser Range haben oder wie viele wir besser gesagt gestern hatten, wir haben keine wirkliche signifikante Bewegungen seit März. Die einzige Bewegung, die immer wieder stattfindet, ist von 60.000 bis 70, beziehungsweise bis zu unserem All-Time-High bei knapp 74.000 Rest. Das ist die Range, das ist die Bewegung, die wir seit vier, fünf Monaten einfach haben. Ansonsten nichts. Panik würde wirklich erst ausbrechen und nicht mal dann würde Panik ausbrechen, wenn wir hier mal nachhaltig unter die 60k fallen und wirklich mal hier runter in unser massives Gap zwischen 51.000 und 48.000 US-Dollar hier unten fallen. Das ist die Zone, auf die wir warten, auf die vor allem Spot-mäßig es ankommt und auch für die Märkte auch interessant wird einfach. Wir erwarten jetzt im September die erste Zinssenkung von der FED. Bis dahin könnte wirklich dann mal unser Szenario endlich eintreten, dass wir hier wirklich mal runterkommen auf Daily-Sicht. Ansonsten vermute ich, dass wir uns weiterhin erst einmal in dieser Range aufhalten werden und somit besteht auch erst einmal überhaupt keine Panik an den gesamten Märkten. Natürlich muss es runter. Wir haben damit gerechnet, dass die Märkte früher oder später mal eine Korrektur sehen werden. Es muss eine Korrektur folgen, werden wir uns auch gleich nochmal angucken. Aber für Panik ist es einfach deutlich zu früh, beziehungsweise es sollte einfach gar keine Panik da sein, nur mal so am Rande. Ja, ansonsten, wie gesagt, das nächste Ziel ist jetzt erst einmal hier unten neben die 60.000 US-Dollar-Marke bis knapp, ich sage jetzt mal 58.500. Das ist unsere Zielmarke, die wir jetzt im Auge behalten sollten, wegen der Ineffizienz, wegen dem Volumen. Und dann können wir im Endeffekt hier die nächste Long-Position möglicherweise dann planen, beziehungsweise wäre das die nächste Long-Chance. Und ich hoffe, dass es erst am Montag kommt. Nicht, dass wir wieder ein neues Siem, E-Gap oder Sonstiges füllen, weil das wäre nicht wirklich bullish. Ethereum, gleiches Spiel, ist komplett bodenlos durch unsere Support-Zone durchgefallen. Also auch hier gestern kein neuer Trade rein, auch wenn wir Divergenzen oder Sonstiges hatten, hat sich nicht gelohnt. Aber auch hier, gleiches Spiel, wir haben unsere grüne Box hier unten erst einmal getroffen, die Chancen bieten könnte, auch übers Wochenende, beziehungsweise dann in der neuen Woche. Ich hoffe aber auch hier, gleiches Spiel, wir haben hier unten noch diese zwei Wigs, die mich schon die ganze Zeit ein bisschen stören, bis auf 2.800 US-Dollar. Wäre wirklich Wunschszenario, dass wir hier runtergehen und dann erst eine Erholung sehen, vielleicht bis 3.130 und dann weiter uns die ganze Sache angucken. Wenn wir uns das Ganze mal hier nochmal ein bisschen genauer angucken, erster Abverkauf, zweiter Abverkauf, würde das vielleicht sogar ganz gut passen. Entweder jetzt über das Wochenende die Erholung, dann der dritte Abverkauf, dann hier runter. Müssen wir mal ein bisschen genauer im Blick behalten, wie sich das Ganze ausspielt. Aber für mich, Long-Szenario auf jeden Fall. Klar hier runter, was jetzt am Wochenende passiert, ist jetzt erst einmal für die neue Woche nicht wirklich interessant. Was macht unsere Altcoin-Season? Auch da, kurzer Blick drauf, Bitcoin-Dominance, kleines Doppeltop. Könnte vielleicht nächste Woche dann ein bisschen interessanter werden, dass sich Altcoins ein bisschen stärker erholen als Bitcoin. Aber gut, es ist nicht verwerflich, nachdem die Altcoins deutlich unter Druck geraten werden. Das heißt, auch hier die 57%-Marke oder 57,2%-Marke, das wäre das nächste Ziel. Bevor wir mit einer kleineren Korrektur, aber auch hier vorsichtig kleinere Korrektur, weil wir immer noch in unserem Trendkanal hier gefangen sind. Das heißt, Altcoin-Season erst, sobald wir hier drunter gefallen sind. Und das nachhaltig. Merkt euch das. Ganz, ganz wichtig. Vorher wird wahrscheinlich keine Altcoin-Season eintreffen. Ansonsten gehen wir rüber zu Gold. Was hat Gold gemacht? Gold schön hier runter korrigiert. Eigentlich perfekt, genauso gestern, wie wir es besprochen haben. Short-Position läuft. Erster Take-Profit genommen. Zweiter wäre dann hier unten nochmal der WIG, so als kleiner Tipp an Rande. DAX hat jetzt drei Take-Profits, also auch da könnt ihr jetzt erstmal Profite nehmen. Ich überlege hier eventuell zu Wochenbeginn, eine kleine Hedge-Long-Position reinzugehen, weil wir hier zwei größere Gaps haben. Das heißt, die Märkte könnten hier erst einmal eine kleinere Erholung dann am Montag- oder zu Wochenbeginn sehen. Außer wir sehen irgendwelche voluminanten Bewegungen noch, was die Iran-Sache anbelangt. Iran, Israel und sowas. Wer weiß, was da noch kommt, jetzt über das Wochenende. Schauen wir mal. Ansonsten wäre das gröbere Ziel erst einmal dieses Gap hier unten bei 17.200 bis 17.150 Punkten. Das heißt, für mich planen jetzt erst einmal, wir haben drei Take-Profits. Ich würde mir wünschen, jetzt kommt wieder die Wunschangelegenheit, dass wir hier nochmal hochgehen, vielleicht sogar in Richtung 18.200 Punkte. Das wäre schon massiv die Erholung. Und dann eben den nächsten Abverkauf sehen. Warum wünsche ich mir das? Einfach, um die Position wieder auf Ursprungspositionsgröße bzw. einfach zu verdoppeln. Wir haben hier das Golden Pocket in diesem Preisbereich liegen. Wir haben die Ineffizienz in diesem Preisbereich liegen. Also es wäre wirklich angebracht, sollten wir hier nochmal hochgehen und dann eben dieser letzte, möglicherweise finale Abverkauf. Wir kommen dann vielleicht sogar schon in den September, wenn wir diese Zone erlangen und dann kommen die Zinssenkungen möglicherweise und starten dann auch in die finale Phase, muss man auch dazu sagen, vom US-Wahlkampf. Es werden Wahlversprechen gemacht. Es wird möglicherweise dann mit frischem Geld auch wieder gearbeitet. Das muss man alles so sehen, was einfach dann den Märkten einfach Richtung September, Anfang Oktober deutlich mehr in die Karten spielen könnte. Aber die nächsten ein, zwei Monate könnten da nochmal sehr, sehr volatil werden. Gehen wir noch rüber zum Euro gegenüber dem US-Dollar. Hier wurden wir gestern ausgestoppt, drei Take-Profits erreicht. Alles kein Problem, Stop-Loss-Entry ausgestoppt. Ich erwarte jetzt hier für die neue Woche, auch weil wegen der ganzen Zinsgeschichte, wegen Rezessionsangst etc. pp., dass wir hier sogar nochmal ein bisschen höheres Top reinkriegen, vielleicht in die 1,095-Region, wo unser Pivot hier oben liegt und dass wir dann nochmal eine neue Short-Möglichkeit eben hier in diesem Preisbereich hier oben kriegen. Die Hochs hier würde ich aber dann gerne noch mitnehmen. Das heißt, zwecks Stop-Loss, diese Preisbereiche hier oben müssen wir dann auf jeden Fall mit einplanen. Vielleicht sogar die 1,10 Euro Marke hier oben. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich dann mit zwei Entries arbeiten. Aber Short bleibt für mich hier einfach absolut erste Wahl. Schade, dass, wer sich gestern in das Video reingezogen hat, Plan war ja long hier unten die 1,076 Euro. Schade, dass wir da gestern einfach nicht mehr runtergegangen sind. Es wäre ein perfekt geiler Long-Entry gewesen, auch wieder mit drei Take-Profits. Aber gut, Markt wollte einfach eher bzw. hatte keinen Bock mehr noch ein bisschen tiefer hier den Pivot und die Ineffizienz abzuholen. Aber früher oder später wird auch dieser Preisbereich dann irgendwann flutschen. Ja, last but not least gehen wir noch rüber zum S&P 500. Schauen wir uns das ganz kurz noch an. Der ist ordentlich unter die Räder gekommen. Auch hier seht ihr den Plan von gestern noch, dass wir eigentlich diese Erholung noch gehabt hätten. Dann einen Short-Bereich und dann dieser Abverkauf. Leider nicht so gekommen. Wir sind einfach direkt weiter runtergerauscht. Und vor allem der Volatilitätsindex, den hat es ordentlich nach oben geschickt. Und da sind wir jetzt eben und da an dieser interessanten Konstellation. Seit dem Covid-Crash, seit wirklich Covid die Märkte nach unten hingedrückt hat, waren wir hier in einem Abwärtstrend. Dieser wurde jetzt gestern gebrochen und wir sind ordentlich mit diesem Volatilitätsindex nach oben hin ausgebrochen. Und den S&P 500 hat es ordentlich zerlegt. Man muss aber auch ehrlicherweise dazu sagen, wenn man sich mal diese ganze Bewegung hier seit vor einem Jahr anguckt, wir kennen nur eine Richtung und sind in der Spitze 38, 39% gestiegen und sehen jetzt zum ersten Mal wirklich seit längerem eine kleinere Korrektur von 6%. Also natürlich, es sollte jetzt nicht im Portfolio so viel ausmachen, es sollte jetzt noch nicht wirklich Panik herrschen. Man sollte es aber einfach mal im Blick behalten. Und wir ziehen uns jetzt einfach mal das FIP-Level für möglicherweise längerfristig die 4.700 Punkte bzw. 4.800 Punkte Marke hier. Das sind so die Zonen, die vielleicht für die nächsten Wochen jetzt interessant werden könnten bis zu den Wahlen, bis zu einer möglichen Zinssenkung. Behalten wir das einfach mal so ein bisschen im Hinterkopf, auch für mögliche Nachkaufkurse an den traditionellen Märkten. Ansonsten war es jetzt ein bisschen ein längeres Video, aber es gab einigermaßen viel zu besprechen, vor allem jetzt für die kommende Woche. Und ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen, Bingix anmelden. Und dann wünsche ich euch ein schönes, ein spannendes Wochenende, lasst es euch gut gehen und dann hören wir uns wahrscheinlich dann morgen zu einem neuen Update-Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay cool.